Start Recording. Ja, das funktioniert doch wunderbar. Hi! Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Es geht nochmal auf Ground Zero. Ich habe dort noch eine Weinflasche zu looten. Und hier seht ihr kurz, ich nehme eine AK mit, weil ich für die habe ich Munition. Ich habe das Grizzly dabei, das wurde in den YouTube-Kommentaren erwähnt, dass ich das doch benutzen kann. Werde ich auch benutzen im Raid, weil ich finde, es macht absolut Sinn, wenn ich es schon habe. Gerade eben wurde im Chat gesagt, ich könnte es auch benutzen, um mich im Hideout zu heilen für XP. Ich finde es aber im Raid eigentlich ganz angenehm. Deswegen nehme ich es im Raid jetzt mit. Dann muss ich nichts anderes mitschleppen. Genau, Ground Zero. Ich versuche die Weinflasche zu finden und rauszubringen. Und wir sehen uns gleich im Raid. Und damit gehen wir auch schon rein. Heute sehr, sehr kurze Ladezeit. Nice. So, wo? Ah ja, okay. Hier bin ich. Ich brauche die Weinflasche. Das heißt, ich werde mich jetzt zügig in die Richtung begeben. Gar nicht lange irgendeinen anderen Quatsch looten oder sonst irgendwas machen. Ich will darüber... Auch wenn ich jetzt hier an dem einen oder anderen PMC vielleicht einfach vorbeirenne, der hier gespawnt sein könnte. Ich werde nachher hier drüben kämpfen müssen. Deswegen... beeile ich mich. So. Einmal kurz checken. Voll Automatik. Ja, bitte. Nicht, dass ich nachher eine böse Überraschung habe. Kann es sein, dass der Stream... dass es ein bisschen ruckelt oder geht's? Weil dann würde auch die Aufnahme ruckeln und das will ich nicht. Geht bei dir. Okay. Bei mir läuft's sehr, sehr glatt. Ja. Ich weiß, dass hier auch ein Spawn ist eigentlich. Jetzt sind hinter mir Skeps gespawnt. Glaubst du es ja nicht. Den haben wir erledigt. Den anderen sehe ich nicht. Ist da noch einer? Okay. Nehm ich vorerst mal mit. Ich weiß, dass hier auch ein Spawn ist. Ich weiß, dass hier auch ein Spawn ist. Das ist sogar die gleiche Munition. Das ist gut. Den anderen prüfe ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass dort irgendwo Minen sind. Da bin ich schon mal reingelaufen. Und da unten läuft einer. Und da unten läuft einer. Den lassen wir mal. Woods wird sehr lustig. Ich habe schon eine Runde Woods habe ich schon hinter mir. mit der richtigen Waffe habe ich richtig Spaß auf Woods. Ich finde Woods mega nice. Ich prüfe jetzt mal kurz die Tasche hier. Brauche ich glaube ich nicht wirklich, aber ich nehme alles mit, was ich finden kann. Hier liegen Metz rum. Ah, und was zu trinken. Das ist gut. Ja, reicht auch wieder. So, wo gehen es jetzt hier? Genau, hier lang. Schrauben brauche ich für den Hideout, nice. Boah, der mich erschreckt. Der Gude hier. Mir wurde in den YouTube-Kommentaren auch gesagt, ich soll doch mehr looten. Aber, ja, keine Ahnung, fühle ich irgendwie nicht so richtig, hier in jedes Ding hinzugehen und jeden Scheiß mitzunehmen. Es macht schon Sinn, dann finde ich auch die Sachen schneller, aber ich will ja auch ballern. Scheiße, ich dachte ich kann da durchschießen. Scheiße, ich dachte ich kann da durchschießen. Hatte ich rechts noch Steps gehört? Dachte ich jedenfalls. Nee, sieht gut aus. Dann flitzen wir mal hier in die Ecke. Ich sehe sie nicht. So. Jetzt die Weinflasche. Das ist Wodka, Wodka. Sieht nicht so aus, als wäre hier eine lootbare Weinflasche. Das könnte sie sein. Ja, genau, rotes Label. Nope. Das ist sie nicht. Die sehen alle gleich aus. Die sieht anders aus. Nope. Ich habe aber irgendwo noch einen Scaff, glaube ich, gehört. Das wird sie auch nicht sein. Nee. Nee. In diesem. Ja, ne, hier hinten meinst du, ne? Aber da habe ich vorhin gerade schon geguckt. Ich dachte, ich hätte sie nicht gesehen. Ähm, das ist Wodka. Ich glaube, sie ist nicht gespawnt. Sie spawnt ja, glaube ich, auch nicht jedes Mal, ne? 100% Spawn by Quest. Okay. Shit. Das ist doch wieder nur ein Wodka, oder? Bist du ein Skeff? Nope. Doch im Kühlschrank. Habt ihr sie gesehen? Also ich sehe sie nicht. Irgendwo am Boden? Kann sie auf dem Boden liegen? Ne. Okay. Also im Kühlschrank ist sie auf keinen Fall. Wie sieht es denn hier aus? Regal oder Palette? Da. Oh wow, die ist es. Nice. Okay, geil. Wo sind meine Ausgänge? Lange hier rumgesucht. Fünfmal dran vorbeigelaufen, ne? Emmercom. Emmercom passt. Boden geht nicht, okay. Boden geht nicht, okay. Schießen die auf mich? Ne. Oh, shit. Heiliger Strohsack. Ich glaube, ich habe ihn gekillt, aber das war überraschend. Erstmal komplett hochheilen jetzt hier. Erstmal wieder zusammenflicken. Was hat denn mich denn da getroffen, ey? Die brabbeln da immer noch rum. Da sind heftige PMCs unterwegs. Die Flare habe ich nicht. Ich habe keine Flare. Und ich muss jetzt auch nicht unbedingt danach suchen, ehrlich gesagt. Ich komme da schon irgendwie aus dem Emmercom raus. In der Leiche beim Extract. Ah. Und der Flare ist hier unter mir, oder? Hinter mir, unter mir. Ist das der Flare Extract? Das ist das der Flare Extract. Das ist nur auf der Map so. Okay. Okay. Woah. Was ist das? Da. Da hinten hat irgendeiner Kontakt geschrien. Den sehe ich aber nicht, ey. Ist das ätzend. Hm. Ich knall mir mal ein Schmerzmittel rein. Und dann schauen wir mal, ob ich den vorne... Ob der sich nochmal meldet? Ich glaube, ich habe da einen gesehen. Oder auch nicht. Welche Quest? Die mit der Weinflasche. Okay. Alter. Sack. Stark wieder. Hi, übrigens. Stark wieder. Hi, übrigens. Ah, versuche ich es doch mit der Flair? Aber ich würde gerne da draußen nochmal gucken, weil da war doch bestimmt irgendwo ein... PMC dabei. Oh, da ist mir... Das ist ein bisschen viel los. Acht Minuten. Da ist immer noch so viel los, ne? Ich gucke mir das mit der Flair mal an, wie das funktioniert. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Also... Hilft das auf jeden Fall auch beim Lernen. Alter. Stehen hier zwei Scavs rum. Mann. Leute. Ohne TOZ, die brauche ich. Oh. Nice. Tuschanka brauche ich auch. Und diese weiße... Diese weiße Weste brauche ich ja auch. Muss ja auch. sich im Kopf behalten. Wenn du einen Tipp willst, sag einfach Bescheid. Ähm. Was heißt wollen? Ich meine... Wenn ihr jetzt einen groben Fehler seht oder so. Groben Fehler oder so seht, dann fühlt euch frei. Bei Tarkov sehe ich es nicht so wild. Kannst du bitte... Danke. Zum Glück hat der nicht getroffen. Auf Ground Zero geht die Party ab. Da hinten steht schon wieder einer, ne? Okay. So, ist das hier nicht der... Das hier ist doch der Flare Exit, oder? Hallo? Kugel, würden Sie bitte... Ja, danke. Und dem Zaun hinter mir. Falsche Leiche. Falsche Leiche. Okay. So, und wo verwende ich die jetzt? Hier hinten? Ah ja. Signalfackelareal. Okay. Kein Platz für diesen Gegenstand. Was? War ich jetzt schon richtig, oder? Die Straße runter? Wenn ich jetzt drauf gehe, ne? Oh, okay. Nice. Ich sehe zwar die Signalfackel nicht, aber es scheint funktioniert zu haben. Dankeschön. Nice. Was? Ah, cool. Ach nee, warte. Bevor ich jetzt ein YouTube-Outro spreche, schauen wir doch noch mal ganz kurz, was ich hier erlegt habe. Tatsächlich habe ich einen Bär gekillt. Zwischendrin. Habe ich mir doch fast gedacht. Habe ich mir fast gedacht. Äh, ein Bär, zwölf Kills. YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns im nächsten Raid. Tschüss.